Ich habe als Kind schon öfters Dortmund mir angeschaut und fand die Kloppzeit sehr prägend, sag ich mal. Den Spielstil mag ich auch sehr. Ich glaube, ich würde hier nicht herkommen, wenn ich denken würde, ich habe keine Chance hier zu spielen oder Minuten zu kriegen. Deswegen glaube ich, war das auch ein Faktor hier zu Dortmund zu wechseln. Und ja, ich glaube, wenn man sich hier gut entwickeln kann, kann man auch mit der ganzen Mannschaft große Ziele erreichen. Für mich ist wichtig, dass ich spiele und hoffentlich in den nächsten Monaten, vielleicht kriege ich dann meine Minütchen. Ich freue mich auf die ersten Spiele, ich freue mich auf die Bundesliga und einfach mit so einer geilen Mannschaft in die Saison zu starten. Zehn Jahre ist die Bayern. Ist schön für sie, aber mal gucken, was dieses Jahr passiert. Also ich glaube, ersetzen müssen wir auf jeden Fall niemanden. An der Stelle nochmal gute Besserung an Sebastian. Für uns alle glaube ich ein Schlag ins Gesicht, aber ich glaube, ersetzen brauchen wir da keinen. Ich glaube, am Schluss haben wir die Qualität, da auch vielleicht mit einem anderen Stürmer zu spielen. Ich glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!